Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Wieso? Ich sollte doch machen. Ach, halt die Fresse, ey. Okay, gebt keine Anmod, weil Chris dazwischenformt. Ihr müsst einfach so mit klarkommen. Und ja, wir spielen wieder DSPT mit Nicky und Chris. Wir spielen wieder DSPT, das neue Spiel? Genau, DSPT ist ein neues Spiel, von uns kreiert. Nee, Spaß. Hallo. Du gehst erstmal voll aus, du fressierst. Sag du. Sau. Oh, oh nein, Nicky ist um dich, warte mal kurz. Wo ist die Sau? Der ist hinter mir. Oh, du Penner. Oh, der hat mir voll Platz gemacht. Nein! Nein! Ey! Komm mal mit, Nicky, wir müssen mal ganz kurz wohin... Oh! Du Penner! Komm mit mir! Komm mit mir! Du musst mit hier runter. Mann! Wer hat denn jetzt gewonnen von euch? Keiner. Ist noch entschieden. Ah ne, doch. Ich hab gewonnen. Doch, ich hab gewonnen. Noll. Keiner. Sagt, der hat gewonnen. Oh! Oh, oh, da ist ein Pümpel. Nein, nein, nein! Pümpel ihn, komm, Niklas. Ich hab deinen Opfer gefunden. Warte, warte, warte. Pümpel ihn. Nixer! Lass mich los! Jetzt gib ihn her! Ja! Ich will ihn nicht pümpeln. Pümpel ihn. Nein! Pümpel ihn los! Ja, da bin ich! Ich hab gepümpelt! Lass ihn los! 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 Nein! Nein! Ich wollte ihn... Ich wollte ihn auf Pümpel. Ich bin Chris mit in den Tod. Komm, wieso hängt die Brücke schief? Oh, du... Alter! Oh, oh! Christoph! Ähm, ihr Bruder! Nein! Ciao, Niki! Wieso hängt die Brücke schon schief? Was ist das? Oh, wie war das nochmal mit dem Klettern? Oh, da ist ein Fisch! Fisch! Wie war das nochmal mit dem Klettern? Ich hab keine Ahnung! Fisch! Mit Katze! Aber wie war das nochmal mit dem Klettern? Ich weiß es nicht mehr! Ich bin keine Katze! Ich bin Katze! Mal piss dich! Oh Gott! Ich bin Katze! Oh Gott! Nein! Das war nicht so gluck! Wuuu! Das hast du nicht so gedacht! Die Bombe ist runtergefallen! Neulich Nunchuck! Nunchuck! Oh! Du bist nicht in dein Nunchuck! 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 Oh! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! OHN! Oh oh! Ah für Gefahr! Gefahrig sein Oh oh! Wir kennen die Nunchucks! Ist das scheiße, das gibt's nicht! Ah, die Nunchucks ist runtergefallen, okay. Nein, Kevin! Affe in Gefahr. Nein, noch die. Ganz klasse, jede Runde bisher. Mein Taser, mein Taser! Da ist das Taser in Ruhe. Affe. Oh, ah, ah. Ja! Wuhuu! Ah, ah. Du küsst deine Eiskanone. Oh nein. Affe. Eis. Das ist ganz schlecht, Leute. Ich bin hier hinten. Ich küsst deine Eiskanone! Eis. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ich mag Eis. Ich mag Eis. Du magst Bananen. Ich mag Eis. Wie war das noch mit dem Klettern, ey? Ich habe keine Ahnung mehr. Affe mag Hoppe. Äh, spielst du mit Controller, Kevin? Ja, mit Controller. Affe mag Hoppe. Hä? Mit Controller, ja. Ja, äh. Ja, äh. RT und L. T lasse ich. Äh, drücke ich. Und dann drücke ich Y. Ah. Oder halt... Äh. Ja, das macht keinen Unterschied! Die Bretter sind alle unter mir weggebrochen. Pfff. Oh! Nein! Affe mag Brücke. Au! Alter, jetzt geht's sich um. Ich hab ihn! Nein, 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 lass das! Ach man, du bist so ein Penner! Nein, Christian! Affe mag Pfeile! Affe mag Pfeile! Ah! 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 Pfeile! Ich häng hier mit meinen Scheiß... Oh! Ich häng hier fest, Alter, hierbei! Nein! Soll ich dir helfen? Nein, lass das schämen! Ich kann mich helfen, ja. Das ist ein Fisch irgendwo. Oh! Oh! Ich bin der T... Bombe! Ah! Oh! Tu ist... Copper! Robert Muntere! Woo! Ich habe eine Bombe! Ich bin keine Katze. Was bist du da? Was ist das für ein Vieh? Das war so eine Katzenart immerhin, oder? Nein. Oh, ich weiß gar nicht. Sind Lemure Katzenart? Was ist das für ein Lemure? Glaub ich mal, dass es einer sein soll. Ach, er mag eine. Das ist ganz recht. Oh, oh, oh. Oh, guck mal, noch eine Bombe. Ey, ey, was soll das? Ja, Baden, du stinkst. Oh nein. Nein, nein. Hast du nicht anders da verdient? Oh nein. Er wird plumpeln. Ich durfte doch nicht mal eine Waffe aufheben gefühlt. Verpisst euch. Mit dir. Oh, oh. Halt dich fest. Das ist ein Pämpel, Niklas. Niklas, das ist ein Pämpel. Halt dich fest. Verpisst. Verpisst dich, Niki, mit deinem scheiß Pämpel. Oh. Nein. Ich will nicht warten. Oh Mann. Nein. Ah. Der Fisch war gut. Der Fisch kam von mir. Ja. Was ist dein Problem, Niki? Was ist dein scheiß Problem, hä? Wolltest du aus dem Maul oder was? Ja, komm, wir gehen jetzt schwimmen zusammen. Ich will nicht schwimmen. Wir gehen jetzt schwimmen. Komm, sie gehen fälligst hier rein. Oh, oh. Der Affe kam vorbeigesprungen. Oh, oh. Oh. Komm, Kerl. Oh. Danke, Chris. Oh, oh. Oh. Na, 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 na. Oh. Oh, nein. Geh auf. Oh. Mann. Das ist halt auf, Alter. Das ist halt Landzeug. Bombe. Was ist die Bombe? Ich hab dir zwischen mir geklemmt. Kevin, lad mich doch auf. Oh. Ja, hau ab, Niki. Hä? Bombe! Wuh. Wer ist kaum da geflogen. Ich bin... Oh, Alter. Wenn man einmal ins Wasser fehlt, ey. Nein! Lebe! Pämpel dir selber ein! Alter. Alter, die Bombe. Was? Wow. Ich kann die Scheißdinger nicht aufheben. Weg! Oh. Oh. Chris? Der liegt im Gebirge. Chris? Geht's dir gut? Oh, was? Geht's dir gut, Chris? Oh. Boom! Nein, der Pämpel! Oh. Komm, Alter! Ich bin tränzelt. Oh. 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 Willst du mich verarschen? Oh Gott. Oh. Christian! Nein! Was willst du denn mit Chris? Ich will nicht! Ah, ich... Chris gewinnt das. Oh Mann. Nein! Da kam noch ein Auge. Das ist schön. Ich zeig mir mal hinter die Kamera. Der Blick einfach mal. Hinter diesen Augen des Walross ist keine Seele. Das ist wirklich immer das Beste an diesem Spiel. Genau, löscht einfach alles und lasst das dran. Das ist das Beste. Schaufel. Schaufel. Aua! Attacke! 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 Schaufel. Schaufel. Oh, steh doch auf! Warum brauchst du so lange zum Aufstehen? Schaufel, Mann! Schaufel, Affe! Schaufel, ey. Oh, nein! Ich komm nicht hinterher. Oh! 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 Ich komm nicht! Wie bist du denn geflogen, Niki? Ich weiß es auch nicht... Oh nein! Ich weiß, was Chris vorhat! Klaus, den Ball. Oh! Mach's gut, komm! Nee, das ist das falsche Ding. Herz gleich. Jawoll! Komm, ja! Oh Gott! Ciao Chris! Der ist noch da. Oh, oh! Niki gemacht! Oh, der Fisch! Komm, wir müssen das Boot zusammensteuern. Merkst du nicht, dass wir untergehen? Ab ins Wasser mit dir! Röckenkraul, Röckenkraul! Da kann eine Banane! Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin tot. Alter, diese Schaufel hat mich so zu einer Art ausgenockt, ey. Ich nehm seine Dingsmisse und schmeiß sie weg. Oh, das war ganz schlecht. Jaaaa! Oh! Oh! Man hat Chris die ganze Zeit gesehen, weil er so ein Pömpelpfeil auf seinen Rücken hatte. Hahaha! Ich hab mich schon gefragt, was sich da die ganze Zeit bewegt. Oh! Wapp! Wupps! Wapp! 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 Jetzt sind ja auch hinten genau in die Düse ein. Oh nein! Niki! Schaufel! Ich hab schlechte Erinnerungen an Schaufeln! Ich schaufel dir jetzt auch einen! Da kam ein Fisch geflogen! Wapp! Geht jetzt! Hau ab! Hau! Oh Gott! Rakete! Monster Abflug! Nächster! Monster Abflug! Hau ab! Hau ab! Oh! Bamm! Oh, ich hasse diese Schaufel, ey. Ich hab's zum zweiten Mal ausgenockt. Oh, ich komm nicht hin. Werf ich denn davon weg? Na, ich komm nicht hinterher. Pfff! Oh mann. Oh Gott. Oh mann. Zum zweiten Mal ausgenockt. Wegen der fucking Schaufel! Oh, das ist ganz schlecht. Oh, du Pinner! Ah! Oh! Oh! Ah! Ich komm nicht hoch! Ich bin zu fett! Was, was mach man? Hä? Necky! Ich hab'n tausend... Tonnenhammer! Der Hammermann kommt! Ey, ich hab'n Hammer! Werden wir das so? Ich hab'n so richtig... Nö! Krieg's da! Komm! Oh nein! Ich hab'n... Ich hab'n Eisskanone! Oh! Oho! Verpiss dich! Bitte nicht! Nächster Neki, you shall not get me with that. Ich weiß gar nicht, wie man die Sachen loswirft. Nein! Ah, scheiße. Hi Christian! Lass mich los! Ich will das offen. Nein! Bitte nicht! Du schießt hier auf Valentin. What? Chris hat nicht voll K.O. gehauen. Hat sich uns nicht mal gemacht, hab ich K.O. geh. Ey, man bist dich Chris! Pfanne! Oh, da ist Chris G.O. geh. Das war ja unsichtbar. Geh weg mit deiner Pfanne. Wie wirf... oh nein. Da haben wir Jagen und sehen Chinchilla. Wie bestimmt viel Geld auf dem Schwarzmarkt. Äh! Ähm, da ist noch ein K.O. Wie wirf man Sachen weg? Äh, zweimal RT. Ah, danke. Oh, ich kann nicht schießen! Nein! Ich hab unser Preis K.O. Oh oh! 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 Ah! Oh oh! toi! Tsk! Ach! Wo ist Niki? Der ist weg. Ich glaube der ist gestorben. Hat er mal wieder nicht das DLC beim EA bezahlt. Oh! Alter! Verpiss dich mit deiner Schaufel ey! Du hast mich getötet! Du hast mich getötet. Du hast dich mit der Schaufel getötet. Wie stehst du zu Händeschlägern? Da kommen wir immer mit Lolli an hier. Mega Lolli. Lolli! Alter! Wie lange es überhaupt braucht, bis man davon wieder wach wird, ist echt heftig ey. Bitte nicht, bitte nicht! Alter Penner! Weg mit dir! Ey komm schon! Ich hab dir das Leben gerettet! Was? Du hast dich gar nicht gemacht. Komm mal. Ich helde dich hier auch noch. Oh, das ist schlecht gewesen. Das ist mein Spiel gewesen. Ciao Niki! Ciao Niki! Oh Gott, da hat ein Fischer geflogen. Ich will dich kuscheln. Oh! Oh, Alter. Ähm, Niki, was machst du denn da? Niki! Was wird denn das, Niki? Wenn's fertig ist. Der Hammer liegt mir zu Füßen. Oh Gott. Äh, was? Was? Ja, du kannst dein Hammer im Ernst haben. Oh Gott. Oh, oh. Halt mal noch so! Ich bin ein... Ich fliege! Oh, du Pisser, ey! Oh, du Pisser, ey! Oh. Alter, was? Nein! Ich konnte mich gerade aufheben! Oh, du bist so ein Penner, ey! Oh, wie geil! Komm schon! Nein, du Penner! Oh, du Pisser! Ich hab' Sack! Das war's! Ah! Trinken! Oh Gott! Wann? Denkst du ich's? Wann? Denkst du ich's? Gott! Oh! Ja! Juhu! Juhu! Was sind das für ne Fettere, Alter? Rommel! Die Ruppen! Ja! Unverdient! Ja! Unverdient! So geil, dass ich Kevin auch einfach damit getötet habe. Ey! Oh, Landtag! Ey! Warum? Oh! Oh! Alter! Verpiss dich mit deinem Scheiß-Manschucksack! Oh! Alter! Oh, du Fenner, Alter! Alter! Dieser Scheiß-Manschucksack! Machen wir mit ihr ins Wasser! Alter! Hau ab jetzt! Nerven-Säge! Nerven-Säge! So ne Nerven-Säge! Ich hab ne Rose geschickt! Ich hab ne Rose geschickt! Alter! Mann! Weg hier! Oh! Oh! Mann ey! Oh! Ich hab mich komplett getötet und kippt das jetzt! Diese Scheiß-Manschucks ey! Finde ich super! Die sind voll scheiße! Jetzt hat er wieder seinen Scheiß-Schläger aus dieser Schlag-Affe! Oh! 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 Ich kann nicht schießen! Oh! 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 Ich konnte nicht schießen! Der Affe! Ey! Alter! Verpiss dich! Oh! Vier! Ramelet! Oh! Nein! Oh! Dieser Kack aufgepumpte Affe ey! Oh! 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 So hat der die Nonchucks! Was wartest du, hä? Oh Gott, das ist schlecht. Aber du sollst dich nicht näher, weil das Wasser von vorne hattest. Das ist wichtig. Den hau ich auch hin aufs Maul hier. Weg mit dir. Geh weg. Oh, Feuer in den Nacken. Feuer in den Tritt gekehren, Alter. Oh, oh. Wow. Nein, du bist... Oh, Scheiße. Oh. Das war's für mich. Doch. Was? Bin sofort eingefroren. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Keine aus. Ah, komm mal mit du! Oh, Chris, du bist so ein Penner, ey! Ich hab'n Pömpel am Arsch! Ich will den Pömpel haben! Da durfte ich mich einmal rechnen, ey! Nein, der hat mich! Ich hab' mich! Oh! Nächster! Willst du gepömpelt werden hier? Ich hab'n Pömpel an der Seite! Der Pömpel stückt voll tief drinnen! Gib den Pömpel her! Ich hab' ihn! Kann ich schießen? Was? Pömpel den Lemua, das gibt gutes Geld! Wieso? Pömpel den Affen! Der ist mehr wert! Der Affe ist mehr wert! Der Lemua ist mehr wert! Du hast'n Atemschutz! Komm, Lemua! Wir müssen den Schock trocken... Äh, Schock gefrieren! Wir müssen DICH Schock gefrieren! Wir müssen DICH Schock gefrieren! Wir müssen DICH Schock gefrieren! Wir müssen DICH! Nächster! Du Arschloch! Ich kann auch Pömpeln! Wir müssen DICH Schock gefrieren! Ich bring den Pömpel mit und lass' ihn absaufen! So! Ich komm nicht mehr raus wegen den scheiß Pümpeln an meinem Körper. Ich komm nicht mehr raus! Ich komm nicht mehr weg! Die Pümpeln an mir kleben. Ich komm nicht mehr weg! Ich verarsche, ich komm nicht mehr weg! Oh Mann. Wahnsinn. Niki, wie hältst du den Baseballschläger, ey? Hast du noch nie gelebt über ein Baseballspiel oder was? Geduckt! Sau! Ey, 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 ey! Verpiss dich! Klapp an ey, ich leb doch noch. Oh, schön durchgesprungen! Was soll sie das, ne? Er hat nen Taser! Links, rechts, 1, 2, 3! Das klappt, Alter, aneinander. Lass mich da mal so hoch an. Warte mal, warte mal! Guck mal da drüben! Nein, du bist ein Arschloch! Oh oh! Ich ersaufel! Oh nein! Oh oh! Ich bin tot! Es war keine gute Idee, das zu machen! Riklas, komm! Ja, was? 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 Was willst du? Ich bin tot! Das war keine gute Idee, das zu machen! Fuck ey! Ja, ich würd sagen, das war's, ne? 31 Minuten! Ja! Vielen Dank für's Zuschauen! Ort rein! Nein, nein, schönes Foto! Wir müssen noch ein schönes Foto machen! Nein, ich will kein schönes Foto mit dir, ey! Du bist voll der Penner hier! Du bist voll das Arschloch hier! Komm mal her, du! Sau du! Ich mach ein schönes Foto! Ich war ein Foto! Oh nein! So! We are the world! So! Vielen Dank fürs Zuschauen! Haut rein! Und bis zum nächsten Mal bei DSPT! Tschau! Tschau! Übrigens, Niklas Steck!